Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich spreche jetzt über die wichtigsten Grundsätze, auf was es ankommt bei der Behandlung eines Brechturfalls, und zwar aufgrund meiner Sprechstundenerfahrung. Was sich bei mir bewährt hat, denke ich, wird sich auch bei Ihnen bewähren. Das Hauptprinzip bei der Behandlung der Magen-Darm-Grippe ist, dass Sie verhindern, dass Ihr Kind austrocknet, dass es mit seinem Stoffwechsel entgleist und vor allem, dass Sie nicht ins Krankenhaus müssen. Das ist das Hauptziel. Wenn Sie es richtig machen, kommt Ihr Kind nicht in eine bedrohliche Situation und Sie können es zu Hause behandeln. Sollte das nicht möglich sein, so gibt es Gott sei Dank mit der Infusionstherapie die Möglichkeit, Ihrem Kind zu helfen, aber das ist eben nur im Krankenhaus möglich. Ich habe in meinem Therapievideo erklärt, dass es darauf ankommt, langsam und vorsichtig den angeschlagenen Magen und Darm wieder zu belasten. Wenn Ihnen das gelingt, ihn nicht zu überfordern, dann kommt es nicht zu einer kritischen Situation. Das heißt, kleine Portionen allmählich steigern, ohne dass es zum erneuten Erbrechen kommt und ohne dass die Bauchschmerzen massiv werden. Dabei ist es wichtig, dass man das, was verloren geht, auch wieder ersetzt. Und das ist vor allem Flüssigkeit und das ist Salz. Und deshalb ist es grundverkehrt, einem Kind nur Tee oder Wasser zu geben, sondern wenn, dann Salziges. Am besten die Elektrolytlösungen, wenn das getrunken wird, ideal und wenn nicht, dann bietet sich eine Gemüsebrühe an. Und wenn gegessen wird, dann am besten Dinge, die mit Salz versetzt sind. Zum Beispiel die Salzdingel oder die Salzbrezeln. Die große Gefahr des Magen-Darm-Infektes ist das Austrocknen des Patienten. Woran erkennt man das? Wenn ein Kind ausgetrocknet ist, dann ist es schlapp. Es ist völlig kaputt. Es liegt ganz scheinbar zufrieden da, aber in Wirklichkeit hat es einfach nur keine Kraft mehr. Wenn es also noch spielt, dann ist es ganz sicher nicht am Austrocknen. Aber wenn es nur noch auf der Couch liegt oder im Bett liegt und sich kaum mehr rührt, dann ist das ein mögliches erstes Zeichen für eine beginnende Austrocknung. Man kann Austrocknung erkennen daran, dass es im Mund keine Feuchtigkeit mehr hat. Dass das Kind kaum mehr Urin produziert, dass die Windel also trocken bleibt, länger als zwölf Stunden. Und wenn es ganz besonders fortgeschritten ist, dann kann man an der Haut feststellen, dass Feuchtigkeit fehlt, indem nämlich die Haut, beim Kind müssen Sie es am Bauch prüfen. Ich zeige es einfach nur an der Altershaut. Wenn man eine Falte macht und man lässt es los, dann bleibt im Austrocknungsfall die Falte etwas stehen und verstreicht nur ganz langsam. Und wenn die Haut aber noch genügend Feuchtigkeit hat, dann geht es ganz schnell wieder ins Flache zurück. Also diese vier Zeichen, wenn die vorhanden sind, Kind schlapp, Mund trocken, kein Piesel mehr und die Haut mit dieser stehenden Hautfalte, so nennt man das, dann ist das ein dringendes Zeichen für eine Infusionspflichtigkeit. Und dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als Ihr Kind zur Infusionstherapie zu geben. Ich denke, dass Sie, wenn Sie meine Tipps befolgen, erfolgreich die Magen-Darm-Grippe Ihres Kindes oder bei sich selbst meistern werden. Viel Erfolg! Brechdurchfall oder, wie wir Mediziner sagen, Gastroenteritis oder, wie die meisten diese Erkrankung kennen, unter dem Namen Magen-Darm-Grippe. Diese Erkrankung gehört zu den häufigsten Erkrankungen, wegen der mir Kinder in der Sprechstunde vorgestellt werden. Entsprechend wichtig ist das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe und in den beiden folgenden Videos darüber. Bei der Magen-Darm-Grippe handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Wenn Sie so wollen, eine Erkrankung wie der Schnupfen, nur nicht die Nase betreffend, sondern den Magen-Darm-Trakt betreffend. Entsprechend ist diese Erkrankung sehr ansteckend. Also zwölf Stunden lang Geduld haben. Dann hat sich der Magen in der Regel erholt. Aber der Darm braucht deutlich länger. Der braucht einige Tage, bis er sich wieder an seine normale Arbeit macht. Entsprechend braucht die Magen-Darm-Grippe zunächst einmal Geduld.